Das ist die Geschichte, wie die NASA eine 200 Millionen Dollar teure Sonde verloren hat, weil sie das imperiale und nicht das metrische System benutzt haben. Kein Spaß. Der Mars Climate Orbiter sollte der erste interplanetare Wettersatellit werden. 1998 startete eine Rakete mit der Sonde an Bord und 10 Monate später erreichte sie ihr Ziel. Dabei unterlief dem Team der NASA ein folgenschwerer Fehler in der Berechnung der Route. Bei solch langen Reisen muss man nämlich berechnen, wie viel Lichtdruck ein Raumschiff erfährt. Wenn Licht auf eine Oberfläche trifft, dann übertragen Photonen einen minimalen Impuls auf diese Fläche. Dadurch entsteht Druck. Der ist zwar nur sehr winzig, aber reicht bei Weltraumdistanzen aus, den Kurs der Sonde deutlich zu verändern. Die NASA selbst arbeitet zwar strikt mit dem metrischen System, aber die Firma, die das Navigationssystem der Sonde entwickelt hatte, nicht. Lockheed Martin kalkulierte den Lichtdruck basierend auf Pfundkraft pro Sekunde. Und dieser Wert wurde von der NASA vor Start der Sonde einfach nicht umgerechnet. Das hatte zur Folge, dass die Sonde 100 Kilometer näher an den Mars heranflog als geplant und dort in der Atmosphäre verglühte. 200 Millionen Dollar einfach so verbrannt wegen eines Rechenfehlers.